Der nette Boss, der gefälschte Boss, der relevante Fashion-Boss, der Medikamenten-Boss, Hugo der Boss natürlich, der Witz-Boss, der Schauspiel-Boss, der gebildete Boss, natürlich der scherzhafte Boss hier kurz am Start. Applaus vom Fashion- und Kombinations-Boss an der Stelle, wo der luxuriöse Boss Der Lions lives tonight! Ey, was war das für eine Lache!